jetzt war ich drüben und habe nicht rechtzeitig geklickt nein nein das war gut ja jetzt Ach du Scheiße, hat er echt einen Kaisen-Marathon gemacht. Nein! Ne, Mero ist auch verrückt, ehrlich. So, das ist da. Da, wo ich schon weiter bin. Ah, da war... Aha... Oh, nein, Willy! Ist das so abgefuckt? Oh, ist das so abgefuckt mit den Fackeln? Welchen Fackeln machst du mit den Flammen, wo du springen musst? Ja, du musst... Boah! ... die Brückheiten jetzt rechtzeitig loslassen? Und dann musst du da rüber. Ah, spring ich unter die Pflanze. Ist das deren Ernst? Verdammte Scheiße, ist das gemein. Was macht der da? Sorry Leute, bei mir geht's gleich weiter. Geht es nicht. Doch. Wie gemein ist das denn? Ich hab es ges... Ernsthaft? Wie gemein ist diese Scheiße denn? Saven. Verdammte Axt! Ah, ich hab glaub ich zu spät gesaved. Das ist von mir, du musst mehrmals durch das gleiche Level durch. Oh, ich muss einen zurücksaven, es ist nicht wahr. Shit. Ist das ein Ernst? Oh, verdammt Axt. Okay... Mach ich den nicht kaputt. Hör mal vier Stück davon. Hör mal vier Stück davon. Ja, ist klar. Ja, ist klar. Hm, fuck. Ehrlich, ohne so ein Video anzugucken, weil du ja nicht weißt, wie du da weiterkommst, kannst du es ja echt klicken. Flash. Warum? Wenn du nicht weißt, wie du da weiterkommst... Ach, probieren. Hm, alles klar. Ist nur verdammt gemein. Oh, wirklich. Ah. Mann ey. Ey, du sitzt da hoch. Hier rüber. Oh, jetzt komm ich da nicht hin, oder was? Dün, dünn. Ist das ein... Eise... Ich bin ja mal gespannt, wie lange ich an diesem Level festhänge. Dün, 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 dünn, dünn, dünn. Wie soll das denn gehen? Ach man, das ist wieder so verzweifelt danach. Ja, ist es klar. Weil du bist zu schnell, um auf die Plattform zu kommen, und bist dann direkt eingequetscht. Mhm. Das ist wirklich so. Da hätten sie... Ey, das ist dann... FAH! Aber der macht das doch extra. Mann. Ich kotzt mich schon wieder an. Ja. Die Leute, den Schalter noch. Nein. Fuck. Fuck! Spring da rüber. Oh, geschafft. Ey. Oh, Mann. Schon mal ein bisschen weiter jetzt. So, jetzt hab ich nämlich auch das. Nein, ist das weg. Nein! Da hab ich das Ding jetzt noch kaputt gemacht eben. Da hab ich das Ding jetzt noch kaputt gemacht eben. Oh, Mann. Jetzt ist das Ding da oben. Na fuck. Oh, jetzt krieg ich extra einen Drehwurm in den Augen. Hm? Ich bin immer das gleiche, weil ich immer so drei Sekunden immer am Laden bin, alle drei Sekunden. Okay. Weil ich irgendwie ein Feuer. Hm. Ich hab so kurz vorm Abspringen immer gesaved. Okay. Hey, das Level ist doch nicht zu schaffen. Jetzt. Das ist überhaupt nicht zu schaffen, finde ich. Außer die Sucht, die schaffen sowas. Nein. Geht das vielleicht so? Nein. Ach. 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 Scheiß die Wand an. So geht das also dann auch. Nein. Ach. Ach. Scheiß die Wand an. Ach immer mal. Tick. Zack. Ach. Meine Augen. Wir sind's schon wieder weiter geschafft. Aber meine Augen. Mir ist auch egal. ich kann blind schon ich kann blind dahin gucken ich weiß nicht was man nicht was drücken muss